Leichtes Rohr Waren wir hier schon drinnen? Gehen wir uns mal rein Hier liegt was, oder? Warte, ich will erstmal gucken, was hier ist Ja, ich geh mal hier drüben reingucken Da ist nix, da kommen wir auch probisch her Hinten müssen wir doch behalten Warte, hier ist die Tür Ich hab hier was gefunden, ein Fakt Ja, wo denn? Links, rechts Ja, wieder zurück Zurück, wo ich bin Ja, ich weiß, wo du bist Kleine Zeug wieder reparieren Wo denn? Hier, bei mir Guck noch, wo ich bin Ah, fack das hier oben Wo denn? Hier Oh, ich wollte doch nicht Erinnere mich mal an das Fakt Ich bin an den Tisch gekommen Ich auch gerade Ich fack gerade auf das Flitter Oh, das ist gut So kann ich wenigstens Weiter erinnern Fakt, Fakt, Fakt Gibt's sonst noch was hier drinnen? Nö Wo seid denn ihr jetzt? Draußen Dirk, warte Einhank, Feld Ach so ruhig Warte mal, du hast gekreuzt und Danke Also hat er doch ein Kreuz gehabt Danke Ich hab ein Kreuz gehabt Ja Kreuz spielt doch über die Mitte Dacht ich auch Ah, fack ich doch mal Geradeaus Warte mal hier Was ist denn hier? Na geradeaus was Gehen wir hier runter oder gehen wir Ah nee Wir gehen erstmal runter, nur Hast du noch Taschenampelclinch? Ja, meine Leute Aber nicht mal lange Ja gut, dann sag Bescheid Da spare ich meine so lange Meine ist auch noch voll Ne, hier waren wir Immer zurück Das war hier, wo wir am Anfang waren Wo der erste Spucker kam Achso, ne? Der Rotzer Wo Rotzi kam Waren wir hier denn schon? Nee Nee, stimmt Hier sind keine roten Fässer Was auf Rotzi ist noch gestanden Nein Siehst du Wir sind im Wasser Ich glaube ich habe kein Heilzeug mehr Ich hatte von zur Hilfe mitgenommen Nein Nee, sechster habe ich Ich habe dich mal geheilt Hier ist was zum Trinken Das ist Willst du es haben oder was? Nein, den mache ich erstmal Okay Hier geht es auch rein Warte mal Dirk Als Tank brauche ich das Hier ist auch noch was zum Trinken Gute Idee Explosionsvieh Achtung Ich renne gleich wieder zurück Hast du keine Waffe? Haus oder nie? Hier zurück Ich häng irgendwie immer fest Stimmt, ich mach schon Kaum kommst du explodieren sie Also irgendwie ziehst du die an Ich mach das andere dann Was ich gesagt habe Die Fähigkeit ist noch besser Was für eine Fähigkeit? Wo du anziehen Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Hau ab Irgendwie kommt hier die voran Da links ist wieder eine Tür War wir hier schon? Na, sieht gleich aus, aber ist es nicht. Bauplan. Wo? Na, hier drinnen, links. Links? Ja. Ach, da. Gift. Oh, wenn Baupläne und nichts weiter kannst du bauen. Echt? So schlimm? Ja, ich kann Schwergewicht bauen. Ja, ich kann Deo-Bombe bauen. Ist doch nicht schlecht, bau doch mal eine. Meinst du? Ja, die sind gut die Dinger. Wenn mal eine Masse ist, wirst du das mal was werfen können. Na gut, dann bauen wir sie mal. Die kosten aber 50. Ist da egal. Aber die nutzen ja was für eine richtige Masse ist. Zum kleinen Erfahrungspunkt über dieses. Klasse. Eine Deo-Bombe konnte ich jetzt gerade mal bauen. Echt? Ja. Ja. Ja, du brauchst zwei Deo-Dings. Holy shit! Ähm, Taschenlampe? Läuft alles nach. Meines klar alle. Gut, dann komm ich mal mit dir mit. Ich hab nämlich noch... Hier ist nichts. Ups. Oha! 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 Schon tot. Gut. Hier geht's weiter. Warte mal! Warte mal! Links lang! Hier ist was zu fressen, wer will. Drückt, brauchst du was? Nö, ich bin voll eigentlich. Hier ist ein Ausweis. Kommt man zu mir. Oh, Ausweis, Ausweis, Ausweis. Hier im Koffer. Ausweis Nummer 48. Okay. Haben. Ausweis 50. Äh, da ist ein... Explodierer! Explodierer, Dirk! Hinter dir! Weg, 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 weg! Das tut nicht! Ich hab das gleichgemacht. Teufel, Dirk! Äh, du bist... Du bist... Boah, weißt du das? Ich hab die falsche Taschen jetzt erwischt. Ne, hier wird nichts drin sein, weil zwei Ausweise werden wie... Niemand anders sein. Sagst du! Im Endeffekt ist es der... Im Endeffekt ist es der... Im Endeffekt ist es der Letzte, der uns fehlt. Aber, aber... Weißt du was du für ein Bimbo bist, ey? Doch! Ich hatte viel vorbei. Ich weide dich doch gar nicht. Dirk, ich mein dich ja gar nicht. Ach, Sven. Wieso? Weißt du... Ich... Ich geh zu Dirk Und... Versuch den zu heilen, ja? Und was machst du? Du schiebst mich einfach mal... Einfach mal... In das nächste Vieh rein. Du schiebst mich einfach in das nächste Vieh. Ordnung. Hier ist wieder Klubber Einen... Einen Dings... Ja... Ja... Hier an der Bergbank... Und ein Ausweis... Oder... Hier auf den komischen Schraubstock oder... Das ist der Südruf... Das sieht aus wie so ein Schraubstock. Nur das ist Ausweis Nummer 47. Mittleres Madyback gefunden. Cool! Liegt da neun so irgendwo rum? Ne, oder? Ne... Sechs Stück hab ich. Warte auf euch... Meine Taschenlamp ist wieder raus. Meine Flak hat noch. Gut, meine... Ja, meine ist wieder an. Meine geht wieder. So schnell. Jo. Da oben ist was. Die Links geht's auch rein. War zuhause nicht mal. So unten jetzt oder? Erstmal obenmente. Erstmal oben her. Die Küste. Ne. Streitkolben... Dirk? Dirk... VMI..? Fleischmesser. Was ist Fleischmesser? Fleischermesser? Was hast du gelesen? Fleischermesser hab ich nicht damit gelesen? Ich hab nicht genommen. Ich hab Streicherkolben gelesen. Ja, Fleischermesser stand da. Verwirrter Bengel, wa? Jo. Bisschenisch. Mach die Augen auf. Oh Gott, explodier Vieh. Das ist was für Dirk. Dirk, du machst das. Ja, geht weg. Sehr explodiert. Warte mal, hier rechts. Halt. Wir sind Strücken. Ihr müsst vorgehen, meine Lampe ist raus wieder. Achso. Nein. Oh, wie die Kannibalen um das arme Tierchen rum, ey. Jaaa. Irgendwann gehört sich so. Medipack. Äh, wer? Ich weiß nicht, ob ich Sam kann. Hast du's? Ich brauch ne Heilung, ey. Was war denn jetzt los? Was ist hier Schönes drinne? Noch ne Werkbuchbahn. Wo denn? Äh, hier. Gibt's hier? Gibt's hier irgendwas? Auch in der Medi, was tut's auf? Ne, hier gibt's nix. Oder? Nö. Warte mal ab. Nö. Ich geh mal hier rechts den Weg lang. Hier ist ein Hammer schwerer. Spalthammer. Das ist was für Dirk. Aber ich kann doch keine Türen öffnen. Naja, sollste, die Tour ist offen. Boah, 37. Ne, ist mit zu sch... Kann ich die mitnehmen? Gehen wir später besser rein. Bleib da liegen, hast du Pech. Geh mal jetzt... Oh, und lang? Ach, hier. Hier lang. Warte, ich hab hier kein Äster. Da hinten, was... Hallo, Kumpels. Ich brauch selber was runterwerfen. Oh, hier noch mal ein großer. Geh mal runter. Habt ihr das überlebt? Na klar, du nie? Nicht. No. Ja, ich frag vorher nach. Was denn jetzt hier ist auch noch nicht? Ja, ja, wir gehen erst mal hier rein. Ach, zu. Warte mal, hier ist ein Leiter. Ja. 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 So ist das. Da hat er mal vor dem Vogel abgeschossen. Oh, geh ich. Look! 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 Wieso hab ich den Medi-Packs in der Hand. Wartet mal. Ja, ich weiß, das ging mir auch immer so. Ey, jetzt hab ich... Klasse. Jetzt hab ich mir... zwei Medi-Packs reingedrückt. Wir sparen hier oben, damit wir auf hier unten kommen. Und er pumpt sich das Zeug. Und er pumpt sich das Zeug hier bloß nach rein. Ganz ruhig reinkommen. Betel 7. Aha. Nur auf Einladung. Ach, darauf kann man verzichten. Lade Stadthalle, Teil 1. Ich bin drin, ja? Draußen. Ich bin drin. Ich jetzt oben. Ah, Dirk, du bist schneller als Sven. Dies Merckbank! Doch! Ich hab's auf Video.. Wie ne? Ah, Polizei Station. Hab ich doch gesagt?! Tschüüü, ich guck wie etwa ab. Ja, ich such grad alles ab, bevor wir hier nemal reinkommen! Ja ja ich bin nicht so schön Ich bin nicht so schön Bauplan von Oder hier, wo war das Bauplan? Hier bei mir, ist das hier ein Bauplan gewesen? Weil ich habe alles nicht eingesammelt Hier auf dem Tisch Tisch sehe ich bloß die Waffe Und ein Machete Ach ne, ein Machete Ich habe den gesammelt Schrotflinte ist gut Löffel 28 Und, habt ihr was gefunden? Nee, fack ich nicht Ich habe die kalte Fusion gefunden Kalte Fusion Ja